Da war doch was krumm an der Sache, oder? Ja, es wirkt so. Heißt das hier etwa, wir ermitteln in noch einem Mordball? Da war nichts mehr zu machen. Kaum ist der Tod. Da kommen Sie gleich zu mir, wissen Sie was? Das nennt man Verfolgung. Ich hab' ihn nicht umgebracht, falls Sie das denken. Also, Sie könnten, ähm, der Nächste sein. Misker! Sie spielen wohl gerne Cowboy? Nein. Aber ich mag Countrymusik. Sheriff Mike Shepard.